Du fährst jetzt 50 Stunden? Ja, 15. 15? Ja, 15. Und wie lang wirst du gefahren sein, wenn wir in Kaliningrad sind? Jetzt noch 8 Stunden. Also zusammen dann 23 Stunden? Ja, ist kein Problem. Ist kein Problem? Kein Problem. Morgen Herr Ackermann. Soll ich aufpassen? Muss ich jetzt einkaufen? Es ist nämlich eine Kaffeefahrt. Wir müssen jetzt hier einkaufen. Und Decken. Ich fühle mich so auf Reisen. Wir sind schon 1000 Kilometer gefahren. Ich wäre so gern ein Fisch. Dann käme ich auf den Tisch. Schiff jetzt hier hinten rein auf den Sitz. Viktor, Ringo muss dringend pinkeln. Und da du keine Pause machst, pinkelt er jetzt auf den Sitz. Ja, zwei Stunden noch bis zur Grenze. Das packen wir schon. Ja, genau. Ja, genau. Ich will jetzt keine Funktion. Nein, ich will auch verlehen. Wir haben dann auch an R Fang. Aber wie geht es schon. Ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Wie ist der Tag? Heute? Puh, heute hier. Natürlich heute! 8 Uhr? 9 Uhr? Ob der überhaupt irgendwas weiß? Ja, das ist ein bisschen. Wir haben noch Joghurt. Ist das unser Löffel? Hast du einen Löffel? Da ist Steffen. Ich bin nicht mehr dran. 2007 auf dem Weg von Samara. Nein, von Ekaterinburg nach Samar. Was für eine Freak-Show. Ich war hier. Es gibt auch eine rare Börse, in Bosnien, nur in ein paar Regionen. Es gibt auch viele. So, jetzt haben Sie Ihr Frühstück. Ja! Ich habe Hunger. Wenn Sie sich wollen, das nicht verkaufen können. Es kostet hier 20 rubles. Und in Moskau, es kostet auch 1000 rubles. Das ist ja auch. Es ist sehr günstig. Es ist eine der größten Mischung in der Kapitel. Mischung? Ja, wir heißen es Fokus. Und hier, es kostet 20 rubles, und in Moskau es 1000 rubles. Ich fühle die Unterschiede. Oh, Dirty pervers! Du f***st! Oder? Es war zu gut. Es ist wie ein Schwarz. Aff, es ist looted. Es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Es ist vielleicht ein Juni, oder? Es ist so schlimm. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh.